so ein wunderschön lang noch die sonne raus ganz schön warm hier so so wunderbar okay kieferholz aber jetzt noch mal ein bisschen nahrung wir gleich so haben wir noch dabei ja haben wir tatsächlich noch dabei wenn ihr uns nur von blaubeeren und äpfeln habe ich das gefühl was so helle bei Mary oder ähnlich dass machen wir hier einen habe etwas ich erscheinbar fern wir einfach alle was wieso jetzt ja 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 da hat das gar nichts zu tun aber egal so du kannst weg 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 oder zwängst oder zwölf du kannst weg 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 wir brauchen bloß eine schnitzhacke und das war's volle party so kriegen wir noch selbst mit den welche einpflanzen können dass wir ganz geil hallo kein einziger würde mich verarschen was geht hier das ist auch schon mal viel angenehmer da kann mir keiner sagen dass ich den wald zerstöre warum fällt hier eigentlich ein baum blätter können da bleiben da wachsen eh bald wieder bäume so wieder aufpassen mit meiner spitzhacke das nicht kaputt geht eingefallen hat sich gerade drei bäume abgesäbelt hier muss noch ein baum gewesen sei egal pack ich den einfach irgendwo hin aber ich pack auch noch ein baum hin bin ja naturlieb naturfreund natur was auch immer so So, wie viel Platz haben wir? Ach so, ja, wir haben ja noch massig Platz, sehr schön. Ne Wolk, man muss immer aufpassen, gerade die Blätter verbrauchen ja sehr schnell sehr viel Platz und die Bäume haben nun mal sehr viele Blätter. Nicht, dass du mein Inventar auf einmal voll klatscht, ohne dass ich es merke, das wäre nicht so gut. Hallo, danke. Ich will, ich will da gerne ran. Darf ich jetzt mal? Ach, leck mich. Ach, hier war offen. Egal. Hä? Der hat den Baum ja gar nicht aufgebaut, was ist denn hier los? Also, sowas passiert, wenn ein Baum in einem anderen Baum wächst. Dann überschreiben manchmal die Blätter von dem einen Baum die Baumstimme von dem anderen Baum. Ähm, ja. Ist nicht schön, aber passiert. So. So. Was? Achso, der braucht noch ab. Der war noch am abbauen. Was ist denn hier los? Hä? Oder hat sich das auch der Absicht nicht gelassen, dass ich das später wieder reinfinde? Kann das sein? Weil hier ist ja das Ding, wo wir immer Erde abbauen. Oder früher Erde abgebaut haben. Das ist tatsächlich einfach mal offen. Vielleicht brauchen wir es irgendwann noch. So, wie viel was haben wir denn jetzt? Naja, fast weiß Text. Sollte erst mal reichen. So, haben wir im Lager eine Blätterkiste? Also so einen Blätterslot? Nee, ne? Siehste, wir könnten hier eigentlich auch noch Blätter drin lagern. Weil gerade mit Blättern haben wir sehr oft, ne, ein bisschen, dass wir da zu viele haben. Also, dass unsere Kisten immer chronisch voll sind. Da können wir durchaus mal ein paar Blättertypen mal auch ins Lager packen, dass wir da ein bisschen Blätter, also zumindest die Blätter, von denen wir echt massig bekommen, wie als Beispiel diese Apfelbaumblätter und sowas, dass wir das mal auch im Lager mit großen Teilen mit drin haben. Nein, du kommst ja nicht rein, du warst ja hier in eine Holzkiste. Da. So, muss ich mal hier mal gucken, hier erstmal, wo ist Blätter, ich brauche Blätter, siehst du, hier ist mir schon alles voll. Genau, genau das ist das, was ich meine. Nein, die gibt es sowieso falsche Kiste. Hier. Dann packen wir einfach mal ein paar Blätter wirklich in eine separate Kiste, ähm, also ins Lager. Damit unsere Blätterkisten hier nicht chronisch voll sind, sondern einfach nur ab und an mal voll sind. So. So. Und jetzt kommt noch das Zeug, was ich hier drin habe. Äh, 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 hatte ich immer rausgenommen, nö. Äh, äh, lala. Ach, ich hab schon wieder Zeppling reingepackt, wo der Netze. Hallo? Da. Hatte ich also schon vorher reingepackt, man einmal. Auch, kommt auch wieder raus. Wobei, nee, der Busch-Zäppling. Busch-Zäppling hatte ich hier nicht drin. Doch, hab ich. Dann musst du hier aber auch mit rein. Äh, aber den habe ich wiederum nicht getrennt. Gott kann man... Das ist nur ordentlich. Okay, ich sag mal so, Brust-Zäppling hat es mal draußen. Weil Busch-Zäppling ist ja doch eher so zur Begrünung, äh, zur Begrünigung. Also, nicht für Nutzpflanzen, wo ich Holz herbekomme. Oder einfach nur, damit es für schöner aussieht. Und das ist ja hier der Rest quasi auch. Von daher. Ja, irgendwie so. So, der Rest, der hier drin ist, kommt woanders hin, von der Last, das ist noch hier oben drin. Und wir gucken mal jetzt, wie den ganzen Blättern. Ne, da wo wir echt massig von haben, die schmeißen wir, wie gesagt, äh... Hatten wir hier unten auch noch Blätter? Ich glaube, ja. Oder? Nee. Mir weiß, dass wir nicht hier unten auch eine Küste gehabt hätten mit Blättern. Oder vielleicht hatten wir es früher und haben es jetzt aber dann wieder abgebaut oder sowas. So, war hier die ganzen... Ah, viel zu viele Blätter. Ah, lalala. Ich würde mal sagen, wir machen pro Blätter eine Kiste... Ach so, scheiße, jetzt weiß ich gar nicht vieler. Obwohl, ja doch, genau, genau. In einem Duower passt so viel wie in einer Kiste. Das heißt, neun, äh, acht mal vier rein. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal vier rein. Pop, pop. Und dann haben wir quasi ein Duower komplett voll mit den Blättern. Und die restlichen Blätter können wir dann hier lassen. So. Wie sieht es aus mit den anderen Blättertypen? Das würde auch immer fast, ich sag mal, Duower voll klatschen. Ja, gut, das passt locker. Haben wir quasi vier Blättertypen. Sprich, also vier Duower. Das sollte dann passen. Perfekt. So, ab ins Lager. Da sind unsere Blätterkisten ein bisschen entlastet da. Ist ja teilweise schon schlimm. Weil eben, sobald wir halt irgendwo Bäume abbauen, und dann mit dieser Quote-Kartigen-Molkriege halt massig Blätter. Und ich hab jetzt keinen Bock in der Wohnung, da vier große Kisten aufzustellen, nur für die Blätter. Das macht keinen Sinn. Von daher haben wir ein Lager. Und das Lager ist dazu da, Sachen zu lagern. Daher auch der Name. Also können wir es auch verwenden. Wir haben hier so viele freie Kisten. Da können wir durchaus mal, weiß ich, hier hinten mal die vier Dinger opfern. Ja. So was ist nicht geplant. So, schon sind alle drin. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Boah, will ich denn das gehen? Nice. Also das ist echt ein geiles Feature. Da haben die mir echt eine Freude mitgemacht. Oh, diese Torbomot ist so cool. Ja, schön. Ja, und siehst du, hat genau gepasst. Passt genauso viel rein wie in eine Kiste. Und die anderen sind jetzt mittlerweile, ja, ja. Zum Drittel jeweils voll. Da passt also definitiv, definitiv noch was rein. Und zwar los, klatschen wir hier noch ein Upgrade, denn wir später hier doch massig Blätter noch haben sollten. Denn irgendwann, wie gesagt, Upgrade. Wir haben massig Obsidian. Da können wir durchaus auch noch ein Upgrade springen lassen. Das ist kein Problem. Ja, cool. Wir können doch hier oben rein klatschen eigentlich. Nee. So. Jutchen. Dann haben wir es wieder ein bisschen Platz. Wo ist unser Holz? Das Holz habe ich gerade komplett in die Holzkiste gepackt. Stamina lädt schon wieder nicht auf. Och Gott. Mal lädt es auf, mal lädt es nicht auf. Was ist denn hier los? Oder lädt es nur auf, wenn wir auf Gras sind oder irgendwie so ein Scheiß. Ich verstehe das nicht. Wer weiß. Ich sage ja, die Stamina Mod, die fliegt wahrscheinlich irgendwann einfach wieder raus. Leider gibt es auch keine andere Stamina Mod für dieses Hub. Gut. Mal Wusi anquatschen, dass jeder vielleicht mal irgendwie was, ne? Mal irgendwie so wissen, was man machen kann. Erstmal die Holz hier rausnehmen. Nein. Weg, 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 weg. Und jetzt kommt unser wunderschönes... Ach da. Ach, hat schon ein bisschen verwundert, was unser Kiefer in Holz. Na nie. Aber wir haben es gefunden. Sehr gut. So. Wir haben Holz, wir haben Gleise. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Das können wir jetzt direkt loslegen. Ach so, hier ist es schrägen. Hier würde ich tatsächlich auch gerne schrägen verwenden. Was heißt, wir nehmen doch mal eine Gesäge mit. Die wir dann einfach irgendwo in dem Aufstellen können. Und dann, wenn wir brauchen, dann... Ach was, ne, komm. Wir zählen dann einfach die schrägen ab, die wir brauchen. Und dann machen wir die mit einmal. Und dann, bis wir nicht andeutend, ne, ne, irgendwie Kacke rumschleppen. Ich muss nur mal gucken, wie ich die schrägen jetzt gebaut habe. Also in der Mitte ist ein solider Block. Da sind zwei solide Blöcke. Und dann ist quasi immer eine schräge. Richtig? Genau, das ist hier der solide Block. Und dann sind quasi hier und da schrägen. Okay. Also quasi immer abwechselnd. Ein Block, zwei Blöcke. Ein Block, zwei Blöcke. Und so weiter. Und so fort. So, hier geht's direkt schon los. Wir brauchen Holz. Und zwar nicht gerade wenig. Nein, ganz im Gegenteil. Eigentlich sogar eher viel. Man könnte denken, zu viel. Aber ganz ehrlich, pfff. So. ah gut ich glaube mal der baum hier oder zumindest die blätter ja doch einfach weg nein das da haben wir einen Zeppling bekommen? kein Zeppling bekommen willst du mich verarschen ach so gut was will ich auch mit dem Zeppling ich will hier keinen neuen baum einpflanzen ich schon wieder das ding muss da ja zu so wollte ich ja gerade schon wieder baum hinpflanzen ja ja wenn dummheit wehtun würde so 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 und ab jetzt wird es spannend ich würde mal sagen so 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 genau da geht hier die schrägen geht genau bis da bis zum ende und hier die schrägen die enden genau da doch sollte passen ich glaube ich lass hier erstmal überall einen baum stammeln also im holz ja hat gut geklappt ich mach einfach von unten jetzt wahrscheinlich einfacher ziel ist schon wieder falsch nein das ist schon wieder dieser offset bug noch ist alles korrekt ich hoffe es bleibt auch so 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 hier brauchen wir holzflöde wie ja das ist vor allem das ist vor allem aber es ist vor allem also dass du mir wenn man da und wenn man da wenn du w Angel wä가지 dass du das wäists dass du damit Das ist jetzt die letzte Schräge, danach geht es dann gerade weiter. Da-da! Perfect. So, dann kommt nämlich hier Gleisen und dann kommt nämlich hier die Schräge hin. Der erste Stack Gleis ist weg, jetzt haben wir nur noch den großen Stack, aber gut, der reicht vollkommen aus. Alter, wie viele Gleise haben wir damals bitte produziert, das ist ja abartig. So, hier muss ich später noch gucken, wie ich das hier am dümmsten baue, das soll uns jetzt erstmal egal sein. So. So, kommen wir jetzt erstmal die ganzen Holzdinger an. Oh, ist schon wieder leer, aber was ist hier los? Komm. Meine kleine Festung ist, ach, eine kleine Festung. Ja gut, der Busch hier ist natürlich ein bisschen, ich mach mal die beide hier weg. Oh, ich hab da übrigens eine Pflanze begraben. Egal. So. Na nun? Egal. Da können wir jetzt hier bauen. So. So, hier lasse ich erstmal offen, weil da werden wir gleich vor kein Problem stehen. Hä? Achso, muss ich. Bei jedem. Achso, das geht sogar einigermaßen. Bei der Kurve kriege ich ein richtiges Problem, aber… Oh, doch, sollte passen. gut, dann kann ich die Kurve tatsächlich auch schon bauen. Hä? Das war jetzt Quatsch. Ähm, so. Perfekt. Tadaaa. Ich wollte nur noch hier die ganzen Schritte bauen und dann ist die Brücke zumindest schon mal fertig. So, wie viele Schritte brauchen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Fick die Henne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 10, 11, 0. Ach, Scheiß. Schauf. Wir machen einfach ganz viele. Die Rest können wir nicht wieder rekombinieren. Beim Zielen ist der bescheuert. Ich mache einfach aus den 50 Blöcken, die ich jetzt habe, mache jetzt einfach so eine Schrägen und dann passt das schon. Äh, gut. Wir machen erstmal die Hälfte. Alle passen auch nicht mit einmal rein. Äh, genau. 54. Und nochmal 54. Sehr schön. Jutschen. Da gönne ich mir aber trotzdem mal das Replacement Tool. Ja. Das hat perfekt funktioniert. Äh, danke. Und dann Replacing wir mal. Hallo. Lass mich durch. Ich habe dafür eine Tür zugemacht. Kann das sein? Ja. Nee, nicht. Okay. War mir so, als wenn wir dafür noch eine Tür zugemacht hätten. Ja, hier können wir wie gesagt leider keine Schrägen bauen wegen dem Wasser. Das ist leider eine klare Limitierung der Engine. Oder sicher nicht der Engine, sondern einfach der Systematik als solche, dass es halt ein Voxel Game ist. Und damit an einer Stelle der Welt, ist ja quasi ein Block, nur ein Objekt gleichzeitig sein kann. Und das ist halt entweder Holz oder Wasser. Aber nicht mehr jetzt gleichzeitig. Von daher könnte man jetzt das zwar kompliziert aufbiegen, dass man da irgendwelche Workarounds macht, aber das wäre halt schon ganz schön aufwendig. Was ich damit meine? Naja, dass man quasi zum Beispiel jetzt einfach eine Mod entwickelt, die jetzt quasi Spezialblöcke beinhaltet, also quasi ein Block, der halt einfach so aussieht wie Hälfte Holz, Hälfte Wasser. Sowas zum Beispiel. Sowas könnte man durchaus machen, aber ich glaube mal, den Aufwand würde sich niemand machen. Das ist denn tatsächlich technisch zwar möglich, aber ne. So, jetzt muss ich nochmal den anderen hier blockieren. Äh, blockieren. Kopieren. Danke. Entschuldigung, ist unsere Brücke fast fertig? Oh, ist das geil. Ich freue mir. Bin ich oder ist der klein, äh, oder ist die kleine Festung? Ah. 500 mal 900. Äh, 500 mal 900. Nein. Ist ja eine Position, keine größte. Tja, hoffentlich hat sie das Ding auch protected, weil die Position sieht das natürlich jeder, der das Video guckt, ne. Da würde sie sich vor Griefer nicht mehr retten können. Achso, äh, übrigens auch nochmal so wegen Datenschutz und so, ne. Äh, also, oder wegen hier Persönlichkeit und so'n Scheiß. Äh, und so'n Scheiß. Ähm. Alles, was ihr mir schreibt, ist natürlich vertraulich, klar. Aber wenn ihr natürlich jetzt eine E-Mail, also hier mit dieser In-Game E-Mail Funktion, an mein Ronix Account schickt, ist das natürlich klar, dass wir die E-Mails auch hier im Let's Play öffnen. Also, wenn jetzt jemand geheime Sachen schicken möchte, weil ich möchte, dass sich jemand anderes erfährt, denn nicht an mein Ronix Konto, sondern an mein Walker Konto. So. Brücke fertig. Yay. Mach ich hier noch ne? Ne. Weil, ne so ne, so ne superflache Schrieg gibt's gar nicht. Ah, ist das schön. Da ist ne Brücke. So, der, der, der Grafblock hier muss weg, der ist in der Flucht. Sonst stößen sich die Züge hier noch den Kopf, das soll ja nicht sein. Gut, hier kommt es quasi auch nicht vorbei, aber das sieht optisch nicht so schlimm aus, von daher, weil es wirklich Züge langfahren tun ja hier keine, aber es sollte halt optisch schon so aussehen, dass der Zug durchaus lang kommt. So, jetzt gucken wir mal hier weiter, wie es hier weiter geht. Ähm, das da haben wir super gelöst. Achso, okay, da kommt es ohne weg. Danke. Jetzt geht's hier weiter, und hier muss ich jetzt überlegen, wie ich das am dümmsten mache. Ähm, Alter, wir haben 36 noch übrig. Mh, na, supidubi. Können wir mal hier Holz machen. Äh, ich würde hier eigentlich direkt runter gehen, weil hier ist ja auch schon direkt der Bahnhof. Das heißt, ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich das hier komplett abbaue. so ungefähr, und dann hier einfach komplett eine Holztrasse hinbaue. Äh, so. Okay, hier muss auf jeden Fall noch Erde hin. Das sieht ja schäbig aus. Schäbig. Schäbig. Die Debel. So. Äh, Holz. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ja, ebenfalls. So, 6 Blöcke brauchen wir noch. Das lassen wir so. Ist ein Design-Element. So, und damit die letzte Schräge. Yay. Und dann sind wir jetzt endlich auf der letzten, also auf der Ziel. Zielhöhe angekommen. Passt doch perfekt. Und hier kommt jetzt in der Bahnhof hin. Aber das machen wir dann als nächste Folge. Ich mache jetzt nochmal hier ein paar Gleise hin und das war's dann. Dann brauchen wir noch zwei neue Prellböcke. Fällt mir grad mal so ein. Beziehungsweise kann der Baumhör einfach ein Prellbock sein. Passt doch. Easy. Der Bahnsteig hier kann, ne. Passt schon. Alles in Ordnung. Sehr schön. Meine Fenster lieb. Jutchen. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns nächstes Mal dann wieder. Dann, ja, bauen wir paar Prellböcke, äh, paar Prellböcke, den Bahnhof und dann, ähm, gucken wir mal weiter. Bis dann.